so er ist doch scheiße mit diesem fifa da mal ganz ehrlich ja wenn du auch fehlst ja ich fehle dass die urheilfe abläuft und nichts gespeichert wird von der aufstellung die ich mache das macht keinen sinn ja und da kann er schießen und es ist machio oder irgend sowas lucha kann gar nichts und um was sagt mein kommentator auf englisch schulka jetzt haben sie die möglichkeit endlich mal wieder nach vorne zu gehen motta tiago motta der rossi gott pierlo magio und aaa pass auf rossi und röhn und er kann auch nichts ach gott dieser scheiß direkt der namen ich werde ich verbessern aber beim aufnehmen läuft fifa schlechter als nba aber mir leckt gar nichts ne leckt gar nichts ja ich bin auch skiller ah der typ ist tot ja bitte und sei wieder schneller wie gesagt hat er die aufstellung nicht gespeichert das kann sogar sein ne steh auf du alter sack fehler abwurf ich bin blöd ich bin blöd wieso bin ich so blöd ach komm wirklich ja was ist denn das so pass cool ein niedlicher kleiner roller will ich mal meinen ja bitte sei wer ist mein abwehr nein wieso bin ich so blöd ich weiß genau was du machst und ich kann nichts machen das scheiß dreiecksspiel geht immer ja oh ja gott oh nö 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 noch nö nö oh nö oh nö nö jahre oh nö da hab ich Angst vor ich liebe es dass das mit dem ansteigen so gut funktioniert du was töten der holk ein trick stark ja meiner eben auch beim anstoß ich so ja mach was macht nichts und er er muss sich langsam drehen weißt du man kann ja oder nicht ja da kann keiner einen trick kommt noch mal einer an scheiß passt da vorne töte man so geht schon da fällt nicht hin aber rückpasst ne auch fail zwar angetippt aber ja weiß besser was ich will ja ich mache nicht rein ich weiß es komisch ich tipp doch nur an in die koaten haben wir keine chance heute abend aufsehen die kroatien aber ich auch das war der zeichnacht wenn ich bei dem tor ist ja nicht die kossa gewesen irgendwann mal da ist ja noch mal kein plan wer da am tor steht also nicht wo er spielt ich weiß gar nichts über den tipp gar nichts und nie gehört noch nie gesehen wer erscheint gut zu sein auf jeden fall keine kumpelwertung glaube ich mehr linksfuß rossi ja klein und linksfuß läuft ich habe chance aber ich habe chance aber ich mache nichts rein das ist so dumm wieso verliere ich den schon wieder ich hasse es immer in der ersten minuten irgendwann so gefühlt oh ich war einfach irgendwo ach Gott und nach dem tor wirklich ja ich hätte noch mal laufen sollte ganz sicher ich weiß aus dem stand nichts gut langsam er auch ja und zwar geht da hin jetzt töten ganz klar vorteil das spiel geht weiter verdammt ranica jetzt haben sie zu ihrem spiel geflogen ne schönes passpiel aber am ende kriegt der rennen trennen blauer typ du hast und er will wirklich töten ich mag diesen spruch auf jeden Fall und dann so ein pass dann so ein pass ganz starker ich hasse es ich hasse es wieso spiel ich das überhaupt weil ich dich gebeten habe zu spielen das stimmt ach Gott ja der kann mal ein trick und dann muss er natürlich wieder sofort gelegt werden einfach nur verrückt schön jacksen gebrochen so muss es sein Srinner ja das ist cool Schacht Jordan jetzt glaube ich ne war doch der typ der mal gespalt hat da bei PS damals Srinner war doch mal bei Inter oder er war auch bei Inter Schacht Jordan jetzt glaube ich war der mal ich glaube irgendeine bei PS irgendwann mal ich weiß nicht der mal das war bei PS damals ich weiß noch bei der random teams wo die eigentlich nur für die und weil sie immer die Fouls bekommen haben war eigentlich ziemlich geil das war die schlimmste Wand ja ziehe ein Trikot ziehe ja gut hat er hat er Souverän ja leck aus Mios ja uuuuuh ja wirklich ist das schlecht oder was mit schluss schon halftreiben Alter und ich liege auch immer hinten das gefällt mir gar nicht ich muss dann erstmal hier offensiv reingehen Wooh der war nice sauer Häh gezug oh der kommt an ja natürlich hab ich schon passen gedrückt weil ich nicht gedacht dass er ankommt das ist der schluss ja da wollte ich nicht mehr egal rennt doch hin jetzt, rennt doch mal hin und hol den Ball nein, das Viehchen haben sie wieder ausgebaut, das machen sie ganz ganz wirklich halt auch ne meiner springt gar nicht hoch weiß halt schon, dass er keine Chance hat nee Pierlo ich wusste es, Pierlo kann es auch nö Kumpel Tor naja ok ja natürlich mit links ja natürlich einen geben Uli nö nee was ist das was macht ihr denn da Interessant auf Seite mhm weil war der so schön gespielt jetzt überlegen sie doch mal möchten sie in so einer Situation der Entscheider der Schiedsrichter ja komm da wieso zu dem, ist der wie in Sohn war und dann wieder aus dem Stand weil er sich nicht bewegen tut bewegen tut ja ja richtig rausgeholt endlich mal das ist der wie in Sohn war der schiedsrichter und dann vergehen sie doch mal das ist deroo mein Typ gerade Der Rossi. Fancy! Gehen, gehen, gehen! Eduardo. Schöne. Leck mich! Zieh ein Trikot, zieh! Du auch! Du auch! Da ist niemand! Äh. Fuck! Okay, jetzt mal ein Trikot ziehen oder sowas irgendwie, ne? Achja, das war auch schön, das war auch schön. Ah, Nokia, noch nie gehört, aber über 80, auf jeden Fall. Und ist lang, hier ist er wieder. Was macht deiner Seitfalls hier, stark. Muss man das kann. Na, ist weg, aber dann klappt's nicht, ne? Ja, so kann es weitergehen. Und die Abwehr aufmerksam. Zuviele blaue. Kasano. Modric. Und so bereinigt man eine solche Silber. Links ist keiner, nur rechts, Sägi, bei mir. Ja, du weißt ja, über welche Seite du spielen musst. Ich hätte mir entlang genommen, ich hatte keine Chance, dass du so ein neuer Hummels, weißt du, so ein Typ Hummels. Aber was soll ich denn machen? Das ist nicht immer... Jaaaa. Geh zurück! Idiot! Ich geh nicht mehr zurück! Ich geh nicht mehr zurück! Ich schaue nur an, ne? Ganz für Werte, weißt du? Dumm! Scheißdreck! Chance, große Chance, nochmal 10! Geht immer die richtige Option und trifft die richtigen Entscheidungen! Ey! Und schade, dass das nicht geklappt hat! Voll! Gib mir Pirlo! Gib mir Pirlo! Jawoll! Pirlo! Oh! So lange wie der unterwegs war hier... Aber er kam nicht schlichtweg von Tor entfernt, also war nicht schlecht! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Nee, doch nicht da hinten! Ach Gott! ... hat er genau richtig eingesetzt! Jetzt kann er flanken! Weg! Ja, ich hau weg! Was macht er denn das Scheiße da? Ich kann drücken, was ich will, jedes Mal extra an mir da. Und er fällt! Weil Pirlo... Er war nicht Pirlo, war ein anderer... Ach, oder? Motulivo oder irgend sowas. Ach Gott! Und vorlegen! Es ist einfach kacke! Dieses Vorlegen in FIFA, es bringt dir gar nichts! Es macht nur Nachteile und ich weiß nicht, warum ich jedes Mal mache. FIFA 11 gewinnt noch. Ja. Wahrscheinlich. So, ich kenn das! Oh, war aber knapp! Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen! Aber die Schiedsrichter haben aufgemacht! Es war marginal! Ja. Oh, da müssen wir noch mal hinschauen! Hoppala! 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 Aber er steht, muss ich sagen! Ach! Italien! Aber der kommt an, ne? Weil ich keiner auswählen kann mit E1. Und ich fehle! Wirklich! Oh, nö! Und das ist jetzt die Möglichkeit! Jetzt gehen Sie in Führung! Man sucht ins Zweiten! Der 82. Scheiße, Alter! Und er kann keinen Trick, ne? Wer ist das da vorne, ganz im Ernst? Töten! Lager, das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Jetzt aber! Und riecht unserem Platz! Oh, da freut sich das... Hählt? Das ist er für seinen Sterken! Durchg打t ihm, задач matieren. Das wird jetzt hier noch richtig gefährlich! Et mal! Und kein... ㅋㅋㅋㅋ frei! frei! Ey, selber war centrisch drin, da das Kleinen, komm! Erbarme dich! Hab Mitleid mit den kleinen Leuten! ich liege vorne von daher ist es nicht ganz so schlimmer wenn ich hin gelegen wäre da geht er weg der andere wenn der mitte steht ist so dumm ich hasse diese k.i. ne ich hab ruhig auf fifa 13 bestimmt besser so wie jedes jahr so wie impact engine beleidigen ja weißt du wie geil das wird schießt sich der beleidigen rot torsano schlenzer schlenzer vor 30 metern nee einfach nur nee dieses vorliegen faul nachgedrehten rot dieses vorliegen es schafft mich an die mitte scheiße und jetzt wird es gefährlich damit kann er den torwart nicht in verlegen rennt da vorne und da kommt nicht weit genug verdammt nach scheiße 1 0